Und ich sehe schon da hinten, da haben sich schon ein paar versammelt. Ah, könnt ihr jetzt von hier aus noch nicht sehen. Ja, wir gehen einfach mal hin. So, hier sehe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt Bilder von den Opfern. Sonst war das immer eher anonym gehalten, aber hier sind sie zu sehen. Und vom Humanistischen Verband, ein Kranz. Genau, Vielfalt und Toleranz sind das Fundament dieser Stadt. Das sagt der Humanistische Verband. Klar, wir gedenken zwar der Opfer, aber sind trotzdem natürlich tolerant genug und vielfältig genug und würden niemanden hier nicht reinlassen. Also, jetzt sind wir noch die Hülle für die Zahl einer Rode. Also, ich halte die meisten auf viele Leute zu oben.